Was geht ab YouTube, Decktix ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Video vor euch und zwar mit einer fetten Ankündigung und einer richtig geilen Aktion von Rockstar Games. Aber mehr dazu kommt natürlich nach dem Intro, lasst jetzt schon mal eine positive Wertung da und abonniert nicht vergessen und weiteres nicht zu verpassen und selbstverständlich die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu haben, falls mal die Abo-Box spielen sollte. Aber ansonsten kommt erstens mal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Wie auch schon im Preventor erwähnt, gibt es auf jeden Fall eine richtig geile Aktion von Rockstar Games. Und zwar gibt es doppelte RP und doppelt Money für alle Heist-Missionen. Ihr kriegt einfach das Doppelte an dem, was ihr eh schon bekommt und ihr wisst selber, wenn man wirklich kein Geld hat, dann macht man einfach mal ein paar Heist-Missionen und macht einfach unnormal viel Geld. Also auf jeden Fall eine richtig geile Sache, macht das auf jeden Fall. Ich werde am Wochenende auch auf jeden Fall zocken. Wenn ihr Bock darauf habt, mit mir mal diese Heist-Mission zu zocken oder dass ich mal einen Livestream starte, schreibt euch einfach mal mal Hashtag Heist in die Kommentare. Was wir noch haben, ist 25% auf den Buzzard-Kampf-Heli und ausgewählte Fahrzeuge. Und ansonsten haben wir noch 25% auf die Clubhäuser und Biker-Unternehmen. Ich hätte euch schon mal ein Video gemacht, wo ich diese ganzen Rabatt-Aktionen erzählt habe. Da könnt ihr oben nochmal auf das i klicken, dann kommt ihr da nochmal drauf. Und dann kriegt ihr nochmal 25% auf Explosivgeschosse, Raketen und Granatenwerfern. Ich finde auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Die ganze Aktion geht noch vom 9.5., also jetzt gestern, bis zum 15. Mai. Also ihr könnt noch diese ganze Woche spielen. Finde ich auf jeden Fall eine richtig geile Aktion von Rockstar Games. Einfach mal doppelte RP und doppelt Money für die Heist-Mission, wo man am meisten bekommen kann. Spielt es auf jeden Fall durch. Das Ganze ist auch legal. Wisst ihr selber, ihr könnt auf jeden Fall mies reich werden in GTA 5 Online. Und wenn ihr mit mir zocken wollt, wie gesagt, schreibt euch mal Hashtag Heist in die Kommentare. Dann schaue ich mal. Wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann startet ihr auf jeden Fall einen Livestream. Und die fette Ankündigung ist, dass ich jetzt bald ein Gewinnspiel starten werde. Deswegen auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand sein. Die Glocke aktivieren und natürlich Abonnent von diesem Kanal sein. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst euch mal eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.